Ja, also ich begrüße Sie mal wieder zur Vorlesung Technische Informatik. Wir haben gar nicht mehr so viele Stunden, das Semester ist irgendwie schon wieder fast rum. Deshalb muss ich mich auch jetzt ein bisschen beeilen. Und deshalb setzen wir jetzt hier beim Kapitel Instruktionssätze auf. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich würde noch ein bisschen über Compiler sprechen. Das haben wir aber schon mal in der Grundlagen der Informatikvorlesung gemacht. Deshalb mache ich es jetzt hier einfach mal nicht, sondern wir sprechen über Instruktionssätze, insbesondere über Instruktionssätze Entwurf nach. Ganz am Anfang, ganz kurz, worum geht es? Wir haben hier diese Zeichnung, die ist von Peter Schultes, das ist mein Doktorvater, mein akademischer Lehrer. Und die hat er irgendwie, also in schwarz-weiß noch, ich glaube 1985, 86 gemacht. Auf den ersten Max, die wir hatten. Und deshalb habe ich die auch ein bisschen aus nostalgischen Gründen drin. Wir waren auch früher Compiler-Bauer, damit habe ich mich auch mal eine Zeit lang beschäftigt. Und ja, was wir hier sehen, ist diese tiefe Schlucht. Hier unten fließt auch wohl ein bisschen Wasser drin. Aber hier sind ganz viele Felsen. Und das soll sozusagen die Kluft darstellen zwischen dem, wie wir es in unserem Programm formulieren möchten. Die Konzepte des Programmierens. Und auf der anderen Seite soll die Hardware stehen. Die hatte Compuzien genannt, der Peter Schultes. Und dazwischen klafft etwas, worüber man früher ganz viel gesprochen hat, über die semantische Lücke. Auf der einen Seite haben wir eben hier Datentypen, Objekte beim objektorientierten Programmieren. Datentypen plus Prozeduren gibt ja Objekte, das sind Formeln und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dieses uniforme Platte-Ramm. Wir haben hier vielleicht noch Register und solche Sachen. Speicher Caches und Register. Und dann haben wir da noch Operationen da drauf. Auf was, was 8-Bit oder 64-Bit aus dieser langen Kette von Bytes im Rahmen laden kann, im Register. Und sowas Einfaches machen kann wie eine Addition. Aber was wir im Speicher in der Regel bei unseren heutigen Maschinen überhaupt nicht haben, sind sowas wie Datentypen. Und selbst auf Maschinenebene sind Datentypen, hier in Compuzien, der Rechner weiß ein bisschen was über Daten. Mehr weiß es, das behandeln wir jetzt, was wir da als Bytes kriegen. Und diese 8 Bytes, 64-Bit, die behandeln wir als Float oder als Integer. Und selbstverständlich können Sie auch einfach einen Integer nehmen und dem als Float unterjubeln. Die Frage ist, was als Ergebnis rauskommt. Das wird wohl nicht mehr ganz das sein, was Sie sich denken. Ja, und das dazwischen ist eben so die semantische Lücke und ein Datensatz. Wenn Sie einen Record definieren in Ihrer Programmiersprache, das sind Strings und das ist ein Float. Und das sind Integers und das sind Bulls. Und das sind jetzt Farben oder sowas ähnliches, die definieren natürlich komplexere Datenstrukturen. Oder das steht für ein Window. Das geht alles verloren hier auf diesem Weg. Der Compiler ist die Brücke zwischen denen. Der sollte uns dabei helfen, das von hier nach hier abzubilden. Historisch gesehen, so in den 60er, 70er Jahren, haben die Leute sich gedacht, was können wir denn tun, damit diese Kluft nicht so groß ist, die semantische Lücke nicht so groß ist. Wie kriegen wir die schmaler? Und da hat man sich gedacht, machen wir doch hier besonderen Speicher, besondere Operationen, die hier den Konzepten sehr nahe kommen. Wir könnten doch zum Beispiel hier Operationen implementieren, damit man die Prozeduren unterstützt, die Funktionen unterstützen, also all diese Dinge, die zum Funktionsaufruf dazugehören, dass die hier schon dabei sind oder hier Datentypen, typisierten Speicher aufbauen, dass vorne an jedem Speicherwort ein paar Bits sind, die sagen, was es ist. Also über solche Dinge hat man nachgedacht, diese Kluft von hier von rechts nach links zu schließen. Von links nach rechts ist es relativ einfach zu schließen. Wir machen unsere Programme, ja, wir haben eben nicht so etwas wie Datenstrukturen, sondern wir kümmern uns um alles zusammen selber. Aber das will man natürlich nicht. Also war ein Versuch, das hier von rechts aufzufüllen, diese semantische Lücke. Wie gut das funktioniert hat, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Also insgesamt, wir haben hier eine Menge von Befehlen und die operieren auf dem RAM, auf den Daten, die wir im Speicher liegen haben. Und jetzt muss man sich überlegen, welche Befehle brauchen wir, wie strukturieren wir das. Bei der MIMA hatten wir schon Befehle und andererseits, wir haben ja letztes Jahr im Grundlagen der Informatik die Turing-Maschinen kennengelernt, aber auch gesehen, dass man Maschinen vorstellen kann mit ganz ulkigen Befehlen und trotzdem kann man zeigen, dass die alles berechnen kann, was es denn zu berechnen gibt. Hier müssen wir uns jetzt überlegen, wie machen wir diese Menge von Befehlen möglichst gut, dass wir sie einerseits schnell ausführen können und andererseits die semantische Lücke nicht so groß ist. Darüber wollen wir jetzt reden. Als erstes muss ich da zu Programmiermodellen von Maschinen kommen. Ein ganz wichtiges Konzept beim halbwegs abstrakten Programmieren und das gilt für praktisch alle unsere Programmiersprachen, sind die Funktionen bzw. die Methoden, die zu Objekten dazugehören, Prozeduren. So eine Prozedur, das ist eben so eine Einheit von Statements, die sich um eine Aufgabe kümmern, möglichst klar definierte Aufgabe. Da gibt es Schnittstellen, Daten rein, Daten raus. Also wir brauchen für solche Prozeduren mit ihren Parametern, die wollen wir ja auch dann im Objektprogramm, im Object-Code, im übersetzten Code, ja auch als Einheiten haben, mehr oder weniger viele Assembler-Instruktionen hintereinander, oben kommen die Parameter rein, unten kommen die Resultate raus. Es wäre also schon nützlich, wenn unsere Maschine irgendwie ein Modell hat, dass wir Parameter auf irgendwo hinlegen, in einen Speicherbereich zum Beispiel und wenn die Prozedur fertig ist, sind die abgeräumt und es liegt an der Stelle das Resultat da. Also wir brauchen, der Aufrufende, der muss irgendwie Platz für Parameter schaffen und für die erwarteten Resultate, das muss er allozieren, diesen Platz und der Gerufende braucht zwischendurch noch ein bisschen Platz für lokale Variablen. Naiv könnte man natürlich das irgendwie sagen, ja, die Prozedur, die kriege ich jetzt eine Datenstruktur, die legen wir im Speicher einmal an, fest und das Resultat gibt es auch daher. Das Dumme ist bloß, dann kann man die Prozedur nicht öfters hintereinander aus sich selber heraus aufrufen, und rekursive Funktionen gehen auf diese Weise nicht. Wir brauchen also irgendwie, was man als dynamisch anlegen kann. Und ich betrachte mal diese, unsere gern gesehene Funktion Fakultät und wenn wir die falsch machen, die Fakultät, dann hätten wir, wenn wir hier nur irgendwo im Speicher das n hinlegen würden und das Resultat irgendwo anders hätten und das dann rekursiv laufen lassen würden, hier so, Fakultät von n, if n gleich 1, return 1, else return Fakultät von n minus 1 mal n, dann würde es eben genau nicht funktionieren, wenn wir nur im Speicher diese beiden hier hätten. Wenn wir das n irgendwo hinlegen würden und dann würden wir hier als Parameter dann das n 1 reduzieren und da hinlegen, dann steht jetzt hier plötzlich nur noch 2, das 3 wäre schon mal verloren, dann machen wir das nochmal, dann steht hier 1 und beim Rausgehen hätten wir dann hier für das n, wenn wir nur einen festen Platz hätten, eben nur noch die 1 da stehen, dann würde 1 rauskommen bei der Fakultät von 3 und das ist wohl offensichtlich falsch. Also müssen wir bei so einem Aufruf, gerade bei der Rekursivität, und die brauchen wir ja, das haben wir ja gesehen, für ganz viele Probleme, obwohl man auch alles iterativ formulieren kann, hätten wir gerne zum Beispiel die Rekursivität für Listenverarbeitung und Baumverarbeitung insbesondere. Also müssen wir das irgendwie ein bisschen anders anstellen und wir brauchen den Stack. Da haben wir hier so einen Stack Pointer, ich habe hier SP dahin geschrieben, Stack Pointer und dieser Stack Pointer, der guckt immer in die Mitte zwischen dem Resultat und den Parametern. Wenn wir also hier im Assembler-Programm, ich habe das nicht richtig Assembler geschrieben, sondern mit so einem Pseudocode-Assembler geschrieben, aber Sie sehen hier diese Funktion, die wir hier oben als C aufgeschrieben hatten, hier in so einem Pseudocode aufgeschrieben, das ist also die Fakultät von 3, die wird aufgerufen und dann falls Memory an der Stelle Stack Pointer, das zeigt ja genau hier hin, Stack Pointer zeigt hier hin und Memory an der Stelle Stack Pointer, wenn wir das als Adressen begreifen, dann ist das eben dieser Parameter, das n hier. Wenn das gleich 1 ist, dann schreiben wir hier ins Resultat Memory an der Stelle Stack Pointer minus 1, hier weiter unten, schreiben wir da eine 1 rein und springen zurück, machen wir den Retour. Andernfalls bereiten wir jetzt diesen Funktionsaufruf vor, und uns selber aufrufen. Und was müssen wir machen? Wir müssen Platz schaffen. Das machen wir hier. Wir legen an die Stelle Memory, also ins Memory, in den Speicher, an der Stelle Stack Pointer plus 2, das wäre jetzt dann hier, Stack Pointer plus 2, legen wir das, was in Memory an der Stelle Stack Pointer steht und subtrahieren davon eine 1. Also das hier nehmen, eine 1 subtrahieren, hier hinlegen und durch diese, jetzt setzen wir den Stack Pointer um 2 hoch, jetzt zeigt er hier hin und da. Und dann machen wir den Aufruf. Wenn wir vom Aufruf zurückkommen, setzen wir den Stack Pointer um 2 runter, dann guckt er wieder hier unten hin, hier später, an dieser Stelle. Wenn wir zurückkommen, setzen wir den wieder hier 1 runter und nehmen, dass man das in der Stack Pointer minus 1 liegt, setzen in das Stack Pointer minus 1, das ist unser Resultat, das, was bei plus 1 liegt, mal das Resultat hier, mal den Stack Pointer. Also gehen wir mal hier kurz diesen Stack Film durch, was da wirklich passiert. Wir haben also hier beim ersten Aufruf, wenn wir aufgerufen werden, steht da oben der Parameter drin, das n, das da und hier unten soll das Resultat stehen, da ist aber vorläufig noch nichts Sinnvolles. Wir sehen, das 3 ist größer als 1, also schreiben wir hier oben 3 minus 1 hin, n minus 1 und natürlich haben wir auch Platz für das Resultat, aber wir haben noch keins. Das müssen wir erst nachher, wenn wir hier zurückkommen, machen. Dann rufen wir uns wieder auf und wir sehen, oh, wenn wir nehmen das hier mal, das ist ein 2er, das ist immer noch größer, größer als die 1 hier, also subtrahieren wir ein 1er davon, schreiben das hier oben hin, setzen den Stack Pointer wieder 2 hoch. Jetzt haben wir Platz für das Resultat für Fakultät an der Stelle 1, Fakultät an der Stelle 2, Fakultät an der Stelle 3, 3 Plätze, Resultatplätze haben wir übrig und wir haben 3 Parameter, den 3er, den 2er und den 1er. So, jetzt kommen wir wieder in unsere Funktion hier rein und wir stellen fest, der Parameter ist 1. Wenn der Parameter 1 ist, Stack Pointer minus 1, wird auf 1 gesetzt. Wir gehen raus. Wir machen den Return. Wenn wir den Return gemacht haben, kommen wir hier an. So eine Funktion kommt ja nach dem Call wieder zurück. Kommen wir hier an, Stack Pointer minus 2, runterzählen und Stack Pointer minus 1, das ist also das hier, da kommt jetzt dann das mal das da rein, das steht hier. Und dann kommt wieder der Return von unserer Funktion hier unten. und das Resultat steht jetzt hier oben, 2, das haben wir schon ausgerechnet. Jetzt wird der Stack Pointer wieder 2 runtergesetzt. An dieser Stelle, wir kommen also wieder hier an, ist P minus 2, wir nehmen 3 mal 2 und schreiben es hier hin in den 6er rein und gehen zurück und der Nächste, der findet dann eben dieses Resultat hier. Wenn wir mehrere Parameter haben, müssen wir den Stack Pointer stärker erhöhen, da würde dann eben hier nicht Stack Pointer plus 2 stehen und hier minus 2 stehen um den Aufruf drumherum, sondern da würde dann 6, 7, 8, 20, 30, 500 stehen, wenn wir so viel auf den Stack draufgepackt hätten. Und auch das Resultat muss nicht mal nur eine Zelle lang sein, das könnte auch mehr sein, wenn wir so eine Programmiersprache haben, wird ja wir mehr Resultate zurückgeben können. Also, die werden mit diesem Konzept Stack kann man Funktionen, Platz für Funktionen implementieren und wenn diese Funktion lokale Variable brauchen würde, dann müssten wir hier den Stack Pointer selber noch ein bisschen stärker erhöhen und Platz dafür zu haben. Aber das, naja, es ist Ihnen ja vielleicht schon aufgefallen, dass wir sowas wie Parameter so ähnlich behandeln wie Variablen in unseren Funktionen drin beim Programmieren, also können wir auch so ähnlich, absichtlich gesagt, also können wir dann auch zusätzlich zu diesen Parametern vielleicht auch noch lokale Variablen hier auf dem Stack drauf haben. Was wir noch nicht haben, ich habe hier sowas Magisches gehabt, diesen Call und diesen Return in Anführungszeichen geschrieben, das möchte ich noch ein bisschen schöner machen. Denn die Rückkehradresse, die kann man auch in diesen Stack Mechanismus integrieren. Da liegt dann hier und das nennen wir jetzt ein Stack Frame für eine Prozedur oder Procedure Frame, da liegt dann hier auf dem Stack das Resultat, die Rückkehradresse und der Parameter. Wenn wir hier reinkommen, generieren wir oben drauf wieder so ein Stack Frame. Gucken wir uns das mal an. Falls das Memory an der Stelle Stack Pointer plus 1 größer als 1 ist, dann wollen wir zu 4 gehen. Memory an der Stelle Stack Pointer plus 4 ergibt sich zu Memory an der Stelle Stack Pointer plus 1 minus 1. Das ist genau das. Wir nehmen den 3er und schreiben den hier rein. Der Stack Pointer guckt ja jetzt hier hin. Und dann Memory an der Stelle Stack Pointer ergibt sich zu 08. Dahin wollen wir nämlich wieder zurück. Das ist unsere Rückkehradresse. Die kennen wir und dann haben wir hier den Jump an unseren Anfang. Die kennen wir auch. Wir kennen den Anfang und wir wissen, wo es weitergehen soll. So, dann wird also hier 8 hineingeschrieben. Der hier hat uns mit 42 aufrufen. Der liegt halt woanders im Speicher. Das ist die Rückkehradresse jetzt da. Irgendwo muss ich das 42 reinpacken, ob wir mal wieder schon lange nicht mehr passiert. Ja, also 8. Dann, der liegt beim nächsten Aufruf. Wir springen ja dann hier Jump 0,1 hier oben hin. Und wir stellen wieder fest, Stack Pointer plus 1. Der Stack Pointer guckt ja jetzt hier hin. Plus 1, das ist der Zweier. Das ist größer als 1. Also springen wir nach 4. Und bei 4 steht Stack Pointer plus 4 ergibt sich zu Memory. Stack Pointer plus 1, minus 1. Das kombiniert mit 1er rein. Stack Pointer um 3 erhöhen. Jetzt hier schreiben wir den Stack Pointer unsere Rückkehradresse rein und wir springen wieder an den Anfang. Am Anfang steht jetzt, das ist jetzt nicht mehr wahr, da steht Stack Pointer plus 1, steht jetzt genau 1 drin, also ist das hier nicht mehr wahr. Wir springen nicht nach 4, sondern wir schreiben Memory an der Stelle Stack Pointer minus 1 ergibt sich zu 1 und springen nach 10 hier unten. Und was macht dieser Sprung? wenn wir hier landen bei 10, der springt gleich wieder und zwar springt er jetzt indirekt nach Memory an der Stelle Stack Pointer. Er springt also nach 8. Wenn wir da sind, dann zählen wir erstmal den Stack Pointer um 3 runter. Und dann Memory an der Stelle Stack Pointer minus 1 ist gleich Stack Pointer plus 1 mal Memory an der Stelle Stack Pointer plus 2. Jetzt multiplizieren wir also das Resultat mit dem da. Also unsere Variable mit dem Resultat. Das ist unser nicht Variable, unser Parameter mit dem Resultat. Und stecken es hier bei uns ins Resultat rein. Da steht jetzt also dann 2. Und was steht hier? Memory an der Stelle Stack Pointer. wir springen nach dem, was hier steht. Landen wieder hier bei 8, zählen den runter, machen die Multiplikation. Jetzt steht hier danach dann 6 drin. Das steht hier nicht mehr. Und wir springen wieder hier hin. 42, das ist der, der uns aufgerufen hat. Der hat jetzt die Fakultät von 3 berechnet gekriegt. Ich hätte natürlich auch die Fakultät von 6 hier angeben können. Dann wäre unser Berg hier natürlich noch größer. Der Stackfilm viel länger. Wir müssen ja den aufbauen und dann auch wieder abbauen. Ja, hier steht noch ein bisschen der Aufruf, nur 42, das war ja genau das. Also, Memory an der Stelle Stack Pointer plus 4 ergibt sich zu 3, das ist der Parameter. Dann brauchen wir auch, dann wird das hier raufgezählt, der Stack Pointer. Wir schragen die Rückkehradresse ein, das da, und springen hier nach 1, wenn ich vielleicht auch 0,1 schreiben können, springen hier vorne hin und wenn wir zurückkommen, Stack Pointer minus 3 und dann steht eben hier im Stack Pointer, wenn das hier wieder runtergezählt ist, plus 1 das Resultat, plus 2 das Resultat, denn die braucht ja auch was. die 6, die wir zurückgekriegt haben. Also so kann man das organisieren, dass man Funktionen aufrufen kann und ihre Parameter, lokalen Variablen und die Resultate anlegt und das geht dann so dynamisch nach oben. Das nennt man Stack Frames für die Prozedur und wenn sie in den Debugger reinhüpfen, dann ist auch das erste, was der Debugger macht, schauen, in welcher Funktion wir sind und dann schaut er in dem Stack Frame nach und findet raus, welche lokalen Variablen wir haben und welche Parameter wir mitgekriegt haben. Hier ist nochmal so ein Stack Frame aufgezeichnet. Dieses Modell wie unsere Instruktionen ausgeführt werden, das hier war ein wichtiges Beispiel dafür, da gibt es noch ein paar andere Randbedingungen, das nennt man auch, das gehört zum Maschinenmodell dazu, also es geht nicht nur darum, wie viele Register wir haben, sondern es geht auch darum, wie solche dynamischen Strukturen vernünftig aufgehoben werden. Es gibt auch andere Maschinen, bei denen der Stack das komplette Maschinenmodell ist, bei der alle Variablen auf dem Stack liegen, bei der man sowas wie Speicher eigentlich gar nicht hat, das RAM, sondern wo man, da wird dann der Stack komplett auf das RAM abgebildet, so P-Code Maschinen oder auch die Java Virtual Maschinen, da steckt so ein Modell dahinter mit einem Stack, ein komplettes Stack Modell, das hier ist das Stack Modell von der Drucker Programm Sprache Post Script, Sie sehen, da ist auch hier, da liegen hier oben ein paar Parameter, ein paar Parameter, hier, ach, da fehlt leider die 34 hier oben drin, die muss ich nochmal eintragen, wenn wir addieren, nimmt die Maschine zwei Zellen von dem Stack runter und packt das Ergebnis wieder oben drauf, wenn ich jetzt hier schreibe 7, dann geht dieser Stack von diesem Zustand in den hier über, weil hier über dem 38 jetzt noch die 7 liegt, dann sage ich multiplizieren, damit die 7 mit der 38 multipliziert, dann kommt das hier raus, dann sage ich Exchange, da werden die beiden hier ausgetauscht, Sie sehen, die beiden obersten werden ausgetauscht, dann sage ich dividieren, 266 durch 3, da muss vielleicht noch ein bisschen gerundet werden, dann kommt 88 raus, und dann können wir hier weitermachen, die 88 ausgeben irgendwo, oder nochmal was anderes damit machen, da liegen auch Strings da drauf oben, Pointer auf diesem Stack, und der Zeiger, der wackelt da so, was heißt wackelt, geht nach oben, nach unten, so ein Füllstand vom Stack. Wir haben ja bei Speicherstrukturen schon mal in den Grundlagen der Informatik über den Stack gesprochen. Also das ist geeignet als Maschinenmodell, so ein Stack. Und für Teile der Ausführung, für diese Procedure Frames, benutzt man Stacks immer. Da bildet man einen Stack auf das RAM ab und dazu braucht allerdings dann die Maschine etwas, einen Register als Stack Pointer. Eines von unseren Registern muss als Stack Pointer auf die Seite gelegt werden. Oder wir implementieren, so wie wir das Instruktions Adressregister und das Instruktionsregister hatten, auch noch einen Stack Pointer Register in unserer Hardware, damit wir das mit den Procedure Frames richtig hinkriegen. Und das findet man in vielen Prozessoren wieder. Wir kommen auch noch mal an einem Beispiel vorbei. Ja, für den Rest der Variablen, mit denen wir arbeiten, wir hatten in der MIMA so eine Architektur, bei der wir ein Register hatten, den Akku und dann auch Speicher. Und wenn wir addieren wollten, dann haben wir den einen Operanten von der Addition aus dem Summanden aus dem Akku gekriegt, den anderen aus dem Speicher. Wir könnten uns natürlich auch eine Maschinenarchitektur belegen, das hat man auch gedacht, bei der es sowas wie Register überhaupt nicht gibt, bei der es nur Speicher gibt. Und wenn wir addieren wollen, dann müssen wir in unsere Instruktion zwei Adressen reinschreiben für die Operanten. Bei der MIMA hatten wir nur eine, der Akkumulator war implizit als Operant. Aber wir könnten natürlich auch zwei Adressen reinschreiben. Da gibt noch ein kleines Problem, das Resultat muss auch irgendwo hin, also bräuchten wir eigentlich drei Adressen bei so einer Speichermaschine. Load gibt es da nicht, da gibt es nur Move von dieser Adresse an diese Adresse. Also solche Speichermaschinen kann man sich durchaus denken und die gibt es auch. Es gibt Maschinen, denen liegt für die Daten zum Registermodell zugrunde. Registermodell im Sinne von entweder einen Akkumulator oder mehrere von diesen General Purpose Registers. General Purpose Register, da können wir Adressen drin aufheben und Daten aufheben. Über das mit den Adressen aufheben, wozu man eigentlich Adressen und Register braucht, da kommen wir gleich noch dazu. Und solche General Purpose Register, da gibt es dann Operationen, die das Register in den Speicher schaffen und den Speicher ins Register schaffen. Das sind Load-Store Architekturen und unsere Mima war keine richtige Load-Store Architektur, weil wir auch im Addierbefehl ins Memory reingegangen sind. Es gibt Architekturen und wir werden die kennenlernen und das ist auch das, was man heute macht bei allen Risk-Maschinen. Darüber ist das Stichwort, muss ich noch sprechen. Man lädt grundsätzlich, man rechnet grundsätzlich nichts in der Instruktion zumindest nichts mit etwas, was in Memory steht, sondern man benutzt erst Load-Instruktionen, mehrere, um die Sachen in den Register zu kriegen, dann werden Register miteinander verknüpft, addieren, subtrahieren, multiplizieren oder sonst was und das Resultat steht dann wieder in einem Register und das Register kann man in den Speicher zurückschreiben. Klingt erst umständlich, aber bewerten wollen wir das ein bisschen später. Jetzt wollen wir es noch nicht bewerten. Dann würde man sich als nächstes denken, Register, hört sich irgendwie ganz gut an, wir machen einfach ganz viele und dann brauchen wir überhaupt das Rahmen nicht mehr. Aber das ist wieder ein Problem, wir müssen ja in unseren Befehlen irgendwie sagen, mit welchem Register wird jetzt gearbeitet und je mehr Bits wir brauchen, um die Register, das richtige Register auszusuchen, desto länger werden unsere Befehle und am Ende haben wir doch wieder nur Adressen drinstehen. Also das ist vielleicht auch nicht, das ist so ein Kompromiss zwischen Anzahl Bits, um die Register in der Instruktion auszusuchen und maximaler Länge von Instruktionen, da kommen wir auch nochmal drauf. Wenn wir wenig Register haben, müssen wir die ganze Zeit rumschaufeln. Dieses Register, wir brauchen jetzt gerade mal ein frisches Register, wir haben aber insgesamt nur 4, dann muss das weichen, muss man also erst das Register, das Weichen muss zurückschreiben in den Speicher und dann das holen, das ist auch, zu wenig ist auch nicht gut. Ich habe jetzt nochmal einen Vergleich hier unten für C, soll das Resultat der Addition von A und B erhalten, einem Stack, würden wir erstmal das A auf den Stack drauf schaffen, also Speicher wiederholen, auf den Stack drauf schaffen, das B auf den Stack drauf schaffen, dann addieren und dann das C nehmen und irgendwo anders hinstecken. Es gab übrigens mal die besten Taschenrechner, die man kaufen konnte, diese Packet Taschenrechner, als ich in die Schule gegangen bin, die hatten so ein Stackmodell, da haben sie nicht getippt 17 und dann die Plus-Taste und dann 3, dann haben sie getippt 17 Enter, 3 Enter und dann haben sie auf Plus gedrückt. So eine Postfix-Notation, das wäre das Stackmodell zur Ausführung. Wenn wir das Stackmodell benutzen, brauchen wir gar kein Register. Und dafür gibt es auch Architekturen, die das gut implementieren. Hat aber auch Probleme natürlich, wenn es immer irgendwelche Offsets. Hier, das hier ist die Mima, ein Akkumulator und sonst Speicher. A, laden, ins Register, dann B, addieren, das muss aus dem Speicher kommen und dann wieder zurückschreiben. Das sind nur drei Instruktionen, das kommt einem schon auf den ersten Blick irgendwie schlauer vor. Eigentlich wissen wir ja auch, dass dieses Addieren in Wirklichkeit so zwei Instruktionen sind, da steckt ja irgendwie auch ein Ladevariable dahinter noch und dann erst die Addition. Andererseits, wenn man das geschickt integriert, kann man vielleicht Zyklen sparen. Wir müssen auch nur eine Instruktion aus dem Speicher holen und nicht zwei. Da muss man auch nochmal hingucken. Dann gibt es die Register Speicheroperationen und das hier sind die Intel Instruktionen. Diejenigen von Ihnen, die schon mal Intel Assembler programmiert haben oder im Debugger sich den Intel Code angesehen haben, denen wird sowas hier bekannt vorkommen. Also, Move, so ähnlich sind die Intel Instruktionen, nicht ganz so. Hier schaffen wir und die Richtung stimmt noch nicht, schaffen wir das A ins Register R1, addieren das B zum Register R1 und schreiben das R1 dann ins C, in die Variable C im Speicher zurück. Und das hier ist so eine Load-Store-Architektur. Schafft bitte das, was bei der Adresse A steht, ins R1, schafft bitte, was bei B steht, ins R2, addiere das 2 zum R1 und steck's ins R3 und dann schafft das R3 ins C. Intuitiv oder ich möchte sagen naiv glaubt man, dass das hier besser ist als das hier. Das stellt sich heraus, dass es doch nicht so ist, aber das müssen wir erst diskutieren. Das müssen wir erst bearbeiten. Also das hier, ich glaube, da habe ich mich vom 68.000er Assembler inspirieren lassen, als ich das geschrieben habe. Ich soll es vielleicht mal als Intel hinschreiben. Diese General Purpose Register, da habe ich gesagt, da können Daten drinstehen und vielleicht auch Adressen. Und genau, dass die Adressen, Adressen sind ja Pointer, aber wir bräuchten zum Beispiel auch vielleicht einen Stack Pointer oder so einen Procedure Frame Pointer. Wenn wir gemügend von diesen General Purpose Registern haben, sagen wir mal, wir haben 32. Für 32 Register, um die zu adressieren, brauchen wir 5 Bit in der Instruktion, um ein Register zu adressieren. Wir könnten ja sagen wir mal das 31 als Stack Pointer nehmen und das 30 als Procedure Frame und für Spezialzwecke des Compilers auch noch das 29 und das 28 verbrauchen. Wir könnten sogar das Instruktionsadressregister, den PC da irgendwo reinlegen und sagen wir mal 31 als PC und der Stack Pointer ist 30 und der Frame Pointer ist 29 und so weiter. Also das könnte man schon auch machen und das wird übrigens so gemacht. Es gibt Befehle mit zwei Operanten, da ist der eine Operant die eine Quelle, die zweite Operantenquelle, also Operant 1, Operant 2 und das Operant 2 dient gleichzeitig auch noch als Ziel. da ist dann, sind da die arithmetischen Instruktionen destruktiv. Destruktiv im Sinne, dass sie überschreiben. Der eine Operant ist hinterher weg. Das kann lästig sein beim Programmieren, aber naja, wir wollen ja mal nicht so sein, geht schon auch. Insbesondere spart das Platz, weil wir hier nur zwei Registerspezifikationen haben. Oder drei Operationen, drei Adressen oder Operanten für die Operation, Operant 1, Operant 2 und Ziel oder alle nur Memory oder alle Register oder so eine Mischung. Bei Maschinen mit so Register, Register, Maschinen, da nur Beispiele habe ich hier hingeschrieben, zum Beispiel die Sparks oder die Power PCs oder die Mips-Architektur oder Alpha. Der Arm gehört auch noch da rein in diese Zeile. Da haben wir pro Operationen, Entschuldigung, also bei den Arithmetischen keinen Speicher, aber wir haben drei Registerangaben. Der erste Operant, der zweite Operant und Ziel. Der Vorteil ist, dass man relativ einfach, weil keine Adressen da drin vorkommen in den Befehlen, mal eine, mal zwei, mal drei Adressen, können wir Festbefehlslänge haben. 5 Bit für Operant 1, 5 Bit für Operant 2, 5 Bit für das Ziel, macht insgesamt 15 Bit. Und dann bleiben uns von unseren 32 Bit sogar noch 17 übrig für irgendwas anderes, zum Beispiel um zu sagen, welche Operation es jetzt dann ist, addieren, subtragen und so weiter. Wir brauchen natürlich noch weitere Instruktionen zum Laden und zum Speichern, aber das sind die beiden, die wir brauchen, laden und speichern. Dafür lässt sich relativ einfach Code generieren, man weiß, die Befehlslänge ist konstant, der Prozessor, wenn er einen neuen Befehl holt, dann holt er gerade ein Wort aus dem Speicher und dann ist gut. Und man kann relativ einfach zu Maschinen kommen, die eine feste Anzahl Takte benutzen. Weil wir uns hier nicht überlegen müssen, für diese Konfiguration müssen wir einmal den Speicher, den Speicher gehen dauert ja länger und ein Register nehmen, sondern es ist konstant einfach immer so, dass wir nur Register benutzen oder Speicher benutzen und wir wissen vorher, wie dann das dauern wird. Der Nachteil ist, wir brauchen ein bisschen mehr Instruktionen und manchmal verspenden wir auch Bits, wenn die Instruktion konstant lang ist, bei irgend so was wie einem XOR oder sowas oder dem NOT-Befehl, da verspenden wir natürlich ganz viele Bits, das wirkt ja dann nur auf ein Register oder so ähnlich. Ja, dann gibt es die Register Memory Instruktionen zum Beispiel, eine Memory Adresse, zwei Registerspezifikationen, diese Prozessoren, die Intels 68000er machen sowas auch, maximal zwei, gibt eine gute Codedichte, man kann es auch relativ einfach kodieren, aber die Befehle sind unterschiedlich lang und eventuell sind hinterher Operanten überschrieben. Beim Intel ist das so, der kann nur zwei immer auch Resultat. Also wenn wir da stehen haben, addiere zum Register AX den Speicher dazu, den Speicher, eine Adressspezifikation hinschreiben, dann ist das Resultat, das er aus dem Speicher holt, aus dem AX holt und das Resultat ins AX zurückschreibt und dann ist das AX hinterher kaputt. Das heißt, kaputt, da steht das Resultat drin, aber das, was vorher im AX stand, ist weg. Das kann nervig sein. Und dann gibt es noch diese Memory-Memory-Architekturen, die haben auch noch Register, die Waxes, das prominenteste Beispiel davon, da können wir drei Adressen in einem Befehl drin stehen haben und dann holt er zwei Sachen aus dem Speicher, addiert die und schreibt es gleich wieder in den Speicher zurück. Oder wir können zwei Adressen drin stehen haben und einen Register oder einen Register und eine Adresse und eine Adresse, wo sie zurückgeschrieben werden sollen. Völlig orthogonal, flexibel. Die Werksarchitektur und die Werksarchitektur ist so eine, da hat man versucht, die semantische Lücke kleiner zu kriegen. Da gibt es auch Spezialinstruktionen, um Funktionen aufzurufen, da schreibt man eine Adresse rein, wo es hingehen soll und der Rest wird, und die Anzahl Parameter, welche Register gerettet werden soll, und der Rest wird gemacht. Ungeheuer praktisch eigentlich und die semantische Lücke ist kleiner damit. Allerdings sind die Befehle unterschiedlich lang, wir kommen gleich nochmal drauf, die können ein paar Bytes lang werden oder solche Dinge mit vielen Bytes lang. Man sagt auch, dass der Speicherflaschenhals durch solche Architekturen ja noch enger wird oder stärker zum Tragen kommt und die Taktanzahl pro Befehl kann wild unterschiedlich sein. Wenn wir einen Befehl haben, der arbeitet mit einem Quellregister und noch einem Quellregister und einem Zielregister, dann geht es vielleicht in einem Zyklus, wenn wir das Addieren anders hinschreiben, mit drei Memory-Adressen, da muss erstmal ganz lang aus der Memory geholt werden, dann nochmal ganz lang aus der Memory geholt werden und dann addiert, es geht relativ flink und dann wieder lang in den Speicher zurückgeschrieben werden, das dauert dann vielleicht 50 Takte oder 20 Takte. Also diese unterschiedliche Taktanzahl, die ist vielleicht störend. Um jetzt zum Instruktionssatzdesign noch ein bisschen mehr auszuarbeiten, was eigentlich in den Instruktionen drinstehen soll, da möchte ich, da muss ich über die Operanten reden, einerseits, und also welche Sorten von Operanten es gibt und andererseits über das Adressieren sprechen und das Adressieren, ja, da muss man schon noch ein bisschen mehr ausholen, als was bisher gemacht haben. Geht gleich weiter. So, da muss man ein bisschen mehr ausholen. Erstens die Operantenlänge. Sie haben es in Ihrem Programm auch schon hingeschrieben, Sie schreiben Float hin oder Double. Das hat natürlich Implikationen, ein Float ist 32 Bit lang, ein Double ist 64 Bit lang. Sie schreiben einen Short hin, 16 Bit. Sie schreiben einen Character dahin, Sie wollen einen Buchstaben haben, Sie kriegen 8 Bit. Das ist für uns ganz natürlich, dass wir das so hinschreiben. Der Compiler macht natürlich was draus, wenn der einen Character lädt, dann muss er dafür sorgen, dass von dieser Adresse der Buchstabe, der steht irgendwo im Speicher, wir haben die Adresse da drauf, der darauf zeigt, dieser Buchstabe geholt wird und ins Register geschrieben wird, in den Register. Und wenn das Register 64 Bit lang ist, dann sind es nur die 8 interessant für uns, der Rest wird mit Nullen aufgefüllt. Wenn wir eigentlich einen Integer laden, dann wird das Register nicht mit Nullen aufgefüllt, sondern mit dem vordersten Bit von den 16 Bit, die Sie geladen haben, denn wenn es eine negative Zahl ist, dann müssen wir aus dem 16 Bit langen Signed Integer ein 64 Bit langes Signed Integer machen. Also wenn das vorderste Bit gesetzt war, negative Zahl, dann müssen alle anderen 48 oben drüber im Register auch so gesetzt werden. Also solche Sachen müssen da gemacht werden. Bit Zugriff wäre natürlich schön, gibt es aber in der Regel nicht, wird meistens auf Byte Zugriff abgebildet. Und dann gibt es dann auch die Geschichte mit dem Middle Endian und dem Big Endian. Das muss man als Informatiker mal gehört haben. Das ist etwas, als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, kümmere ich mich nicht drum, mach doch die Architektur für mich alleine und die Compiler und so. Aber es ist etwas, was einen irgendwann beißt. Es beißt einen spätestens dann, es gibt so, ich erzähle es erst, Little Endian bedeutet, das niederwertige Bit oder Byte ist an der Adresse, wo wir hinzeigen. Gucken Sie mal hier, unsere Adresse ist AF0 und da im Speicher steht, stehen 16 Bit. Wir wollen Integers lesen. Also bei dieser Adresse AF0 steht 0A04 und jetzt kommt es drauf an. Wo stehen denn, ja wir wissen ja, die zwei Bytes, die müssen jetzt irgendwie ins Register transportiert werden. Im Register ist uns irgendwie ganz klar, wenn da 1034 drin steht, dann wollen wir vorne die 04 haben und hinten die 0A. Das hier sind 10 mal 1 und das sind 4 mal 256. 4 mal 256 1024 plus 10 mal 1 ist gleich 1034. Einverstanden? So haben wir es im Register stehen, weil wir so mit der ALU damit rechnen können. Das Carry bewegt sich ja so. Aber steht das auch so im Speicher? Die Little Indian Prozessoren sagen, das niederwertigste Byte steht an dieser Adresse. Also hier 0A04 bedeutet, das hier nehmen und hier hinschreiben und das hier, was weiter hinten im Speicher steht, nehmen und hier hinschreiben. Damit es richtig rumsteht. Beim Laden wird es also gerade umgedreht, um es ins Register reinzukommen. Diese Little Indians, das sind die Intels beziehungsweise Alphas, es gab sogar Maschinen, bei denen war das niederwertigste, die sind sogar die Bits noch anders sortiert, das niederwertigste Bit vorne. Und bei den Big Indians steht das höherwertige Byte vorne an der Adresse. Wir holen also das, was hier so steht, 0A04 und packen es so, wie es ist, ins Register rein. Das macht weniger Arbeit, weil wir da weniger herumdrehen müssen beim Laden und es kommt einfach zack ins Register. Das heißt, der Speicher ist ein Abbild von dem Register. 16 Bit, 32 Bit, 64 Bitweise. Aber, wenn wir das so ins Register laden, dann steht ja da 0A, also 10 mal 256 sind 2560 plus 4 2564. Okay? Warum? Hier hinten habe ich noch ein Beispiel, naja, da sind das der Affe, für eine negative Zahl. Big Indian ist das minus 20.000 und Little Indian ist minus 337. Das kann schon unterschiedlich sein. Warum beißt einen das? Das beißt einen in dem Augen, ich meine, wenn wir nur mit dem Zeug rechnen, ist das kein Problem. Wenn wir irgendwann mal den Speicher nehmen in unsere Intel Maschine, packen es in ein Ethernet Paket rein, einfach den Pointer nehmen, zack, übertragen, die 100 Integers, die wir da haben, 400 Byte übertragen für 32 Bit Integers und der andere, also wir machen es auf einer Little Indian Maschine, eine Big Indian Maschine nimmt das, unsere Zahlen, aus dem Ethernet Paket ab in den Speicher, was ist da, dann steht es alles falsch da. Dann wird aus der 1034 auf dem Little Indian, was wir verschickt haben, 2564. Beim Kontostand Plus ist das gut. Beim Kontostand Minus ist das vielleicht ein bisschen mystisch. Also Sie sehen, wir haben da vielleicht schon ein Problem, wenn wir uns nicht darum kümmern und das ist genau das, irgendwann beißt es bei der Kommunikation. Wenn man es auf eine Datei rausschreibt, das Zeug, einfach so und dann die auf CD brennt, mit der CD es in eine Maschine hingeht, reinsteckt, einliest, ups, beim String stört es nicht, bei Integers und Floats kann es schnell mal stören. Also da muss man sich dann darum kümmern. Und in der Vorlesung Rechnennetze kommen wir auch bei solchen Standards vorbei, die sich genau um sowas kümmern, um sowas beschäftigen. Ich will noch ein Wort zum Alignment sagen. Ich habe gesagt, Speicher ist byte orientiert, heutzutage, es gibt auch Maschinenarchitekturen, bei denen ist der Speicher nicht byte orientiert, sondern 32 Bit oder 64 Bit orientiert oder 48 Bit orientiert. Aber in der Regel, heutzutage ist unser Speicher byte orientiert, wir rechnen mit Pointern, mit denen wir einzelne Bytes ansprechen können, das haben Sie auch schon gesehen bei Stringverarbeitung, da geht man ja das in String durch und zählt immer eins drauf und schon gut. Beim C-Programmieren, wenn wir einen Array haben, einen Double Array und wir zählen zu unserem Pointer eins dazu, dann, also zu diesem Double Pointer eins dazu, dann wird da magisch unten drunter acht addiert, weil der Compiler die Semantik kennt dieses Zeigers. Wenn wir den Zeiger als Pointer to Double deklarieren, dann wird, wenn wir auf den Zeiger dann eins draufrechnen oder Zeiger Plus, Plus oder so machen, immer gleich acht dazu. Das kennen wir ja. Die Frage ist aber, wie liegen solche Sachen eigentlich im Speicher? Und das muss ja beim Reinholen irgendwie bearbeitet werden. Aus dem Speicher wird immer ein ganzes Wort geholt. Wenn Sie eine 32-Bit-Architektur haben, dann werden immer 32-Bit geholt. Wenn Sie eine 64-Bit-Architektur haben, dann wird bei jedem Speicherzugriff 64-Bit geholt. Egal, wo der Pointer hinguckte. Wenn der Pointer hier seien diese Wortadressen, ich mache jetzt nochmal drei, wenn der Pointer hier hinguckt, weil Sie einen Charakter haben wollen, dann wird das Ganze die ganzen 64-Bit geholt und der Prozessor, auf dem Sie arbeiten, der shiftet dann entsprechend herum, dass diese 8-Bit, die Sie haben wollten, alleine rechts in dem Register stehen. Ich habe hier das nochmal vorgeführt. Wir wollen Lade ins Register R1 das ein Halbwort haben. Halbwort sind 16-Bit von der Adresse AF0, von hier. Jetzt holt der das Ganze, die ganzen 32-Bit, die laufen, kommen vom Bus an in unseren Prozessor, der Prozessor shiftet die hinteren 16-Bit weg, jetzt steht nur noch der Affe im Register. Weil wir gesagt haben, das soll eine Zahl, die wir da laden, wird noch das vorderste Bit genommen, Sign Extension und hier vorne drin überall, das wird mit Einsen vollgeflassen, das ist eine negative Zahl. Also shift und dann das Sign Extend. Das sind Sachen, die gemacht werden müssen von der Hardware. Aber wir müssen es natürlich auch irgendwie ausdrücken, hier in der Ladeinstruktion, was wir laden wollen. Da muss ein bisschen Semantik drinstecken, damit er das richtig kann. Wenn wir das einfach so machen würden, dann würde er ja was ganz anderes laden und ins Register legen, damit ihr das auch noch dabei sein. Als nächstes möchte ich über die Adressierungs Mutti sprechen. Bei unserer Mima, da war die Adresse in der Instruktion. Damit kann man Variablen problemlos ansprechen, aber weil unsere Mima 32 Bit hatte, in einer Instruktion, unsere Ladeinstruktion braucht vorne dran 4 Bit, für die Adresse können wir nur 28 Bit verwenden. Das würde unsere Maschine den Adressraum unserer Maschine einschränken. Das ist eigentlich nicht so doll. In unsere Mima, obwohl es eine 32 Bit Architektur ist, können wir nur maximal 512 256 MB reinstecken. Nach heutigen Maßstäben ist es ja einigermaßen schäbig. Wir verlieren also, wir haben nur ein Sechzehntel des Adressraumes zu verfügen. Also es ist irgendwie nicht schön. Deshalb könnten wir auch, und wir können in der Mima Instruktion auch noch Operanten haben, und das ist eine Konstante, das E ist vielleicht nicht so gut da an dieser Stelle, das ist eine Konstante hinten in der Instruktion drin, die ist auch nur 28 Bit lang. Also wir können so ohne weiteres in der Mima gar nicht die 32 Bit der Architektur benutzen. Da müssen wir also was dran tun. Wie es besser machen kann, ist, wir benutzen Register auch als Adressen. Den Inhalt von Registern als Adressen. Beim Instruktionsadressregister haben wir das ja schon. Und das wollen wir uns jetzt im Folgenden ein wenig anschauen. Es gibt erstens Immediate Operanden. Das ist das Ladekonstante unserer Mima. Da steckt der Operand im Befehl. Zum Beispiel hier wollen wir das, was hier hinten drin steht, diese Bits hier, Load Halfword Immediate ins R4 schaffen und diese Bits hier, das ist gerade 42, 32 plus 10, also 2A Hexadezimal ist 42 und das wollen wir jetzt hier in das Register R4 hineinschaffen. Das machen wir mit dieser Instruktion Load Halfword Immediate. Hinten in der Instruktion steht das drin. Um Konstante zu laden, damit werden in der Regel so kleinere Sachen geladen. Wenn Sie einen Einser addieren wollen oder einen Zweier addieren wollen, dann legen wir das eine Register mit so einem Load Immediate die 2 rein und ins andere Register die Zahl und dann lassen wir darauf einen Addier Befehl ein bisschen so wie wir hatten da hatten wir auch manchmal dass wir eins addieren wollten und die kriegt man genau daher diese kleinen Konstanten das brauchen wir zum Addieren vielleicht zum multiplizieren noch zum vergleichen gerne ist das hier größer als 1024 dieses Register dann wollen wir aufhören die 1024 müssen wir irgendwo herkriegen die müssen irgendwie ein Register kommen die kommen von so einem Immediate Operant oder wenn wir um mehrere Stellen shiften wollen müssen wir auch irgendwie sagen um wie viele Stellen wir shiften möchten die nächste Adressierung die absolute Adressierung nennt man auch direkte Adressierung und das ist auch das was wir bei unserer Nima hatten wir nehmen die Instruktion hier werden die vordersten 9 Bit ausgeblendet deshalb nimmt man hier diese Maske bei der Mima waren es nur die vordersten 4 Bit und das was übrig bleibt gibt die effektive Adresse also zum Beispiel lade Wort ins Register R4 von dieser Adresse das was bei dieser Adresse steht bitte ins Register R4 laden also diese Instruktion nimmt das was ab der Adresse AF0 steht und schafft es in das Register R4 und weil ich hier Loadword hatte nimmt er alle 32 Bit natürlich ist die Adresslänge beschränkt und sie ist ganz konkret kürzer als ein Wort der Maschine hier bei unserem Fall so ziemlich kurz oder wir machen die Instruktion länger dann müssen wir jedes Mal wenn wir diese Instruktion holen erst den Opcode holen und dann die Adresse holen geht aber ist irgendwie fühlt sich irgendwie auch nach Verspendung an eigentlich sehr beliebt und in unseren Maschinen weit verbreitet ist diese Register indirekte Adressierung also die Effective Address die wir benutzen die steht im Register RN wir laden das worauf das Register R3 guckt hier im Register R3 steht das hier unser AF0 Pointer in den Speicher das hier laden wir in das Register R4 das klassische Pointer Modell Pointer D referenzieren findet da statt und das ist was das braucht man schon in der Maschinen Architektur und dass die MIMA das nicht hatte ist nicht schön und früher in der Vorlesung hatte ich auch immer mal eine Übungsaufgabe dass man für die MIMA so ein indirektes Laden implementiert also Register indirekt dass man den Akkumulator nimmt und das als Adresse benutzt im Speicher und dann kann man endlich Adressrechnung machen Adressrechnung zum Beispiel für irgendwelche interessanten Airways und so weiter dazu gehört dieses Bild dann Register Indirect with Displacement das Displacement das ist eine Instruktion die brauchen wir beim Zugriff auf Felder in Records ich werde es gleich noch erläutern aber erst wie die Instruktion funktioniert man nehme das Register addiere noch irgendwas drauf dieses Displacement 4 oder 44 oder 42 in diesem Fall addieren wir 12 dazu 12 warum ich hier 12 stehen und da A das ist vielleicht nicht so gut dann würden wir lieber wenn das hier 12 ist dann muss hier natürlich C stehen und wenn da hier A steht muss hier natürlich 10 stehen Dezimal 10 stehen Verzeihung da ist was nicht in Ordnung also das hier wird auf das hier addiert das gibt dann die Adresse mit der wir in Speicher gehen und dann holen wir eben Abadresse B 0 0 und nicht A F 0 da steht zufälligerweise dasselbe kann ich auch nochmal austauschen in der Zeichnung vielleicht sollte ich die mal überarbeiten also Felder in records greifen wir auf Felder in records greifen wir auf diese Weise zu wir haben hier unsere Datenstruktur wir haben einen Pointer hier oben hin wollen wir unser Programm schreiben wir wollen naja das Feld Gehalt oder das Feld Semesteranzahl in dem Studentenrecord hier vorne steht ihre Matrikelnummer hier steht ihr Geburtsdatum meinetwegen hier steht die Semesteranzahl da müssen wir den Pointer nehmen ein bisschen was drauf addieren damit wir hier hinkommen dann können wir es laden das hier ist das Displacement und das ist der Zeiger auf ihren Record also Felder im Record können wir auf diese Weise vernünftig zugreifen oder lokale Variaten den Stack Frame nehmen und ein bisschen was drauf addieren das hatten wir ja gerade hier geschrieben da hatte ich immer so Stack Pointer plus eins oder sowas Stack Pointer plus eins erwische ich natürlich gerade mit Register indirekt mit Displacement das plus eins ist das Displacement und so weiter die Adresslänge bei absoluten ist beschränkt bei diesen hier ist sie so groß wie das Register also wenn Sie ein 32 Bit Register haben dann können Sie auf diese Weise 2 auf 32 minus 1 bei zum Speicher adressieren die 4 Gigabyte von der 32 Bit Architektur bei der 64 Bit Architektur können Sie 2 auf 64 minus 1 adressieren aber so viel Rahmen in den Computer reinzustecken ist wahrscheinlich noch ein bisschen teuer aber immerhin können wir die 16 Gigabyte reinstecken und dann noch adressieren das Betriebssystem muss auch dazu passen also ein 32 Bit Betriebssystem in den 64 Bit Rechner zu installieren und 32 Gigabyte RAM reinzustecken naja kann man machen aber bringt halt nicht so richtig viel uns bringt es irgendwie auch nicht 64 Bit Betriebssystem auf 32 Bit Architektur zu installieren natürlich also hier sind die Adressen auch beim Displacement nach wie vor 32 Bit lang wenn wir eine Adresse ganz oben im Speicher nehmen addieren ein großes Displacement drauf haben wir vielleicht ein Problem also Überlauf könnte auch passieren das sind ja wichtige Adressierungen die sich hier um die semantische Lücke kleiner zu kriegen haben sich die Leute noch ganz viel mehr überlegt die haben sich zum Beispiel überlegt register indirect with index man nehme zwei Register um die effektive Adresse zu berechnen wir nehmen also hier load byte ins R4 hinein das R3 das ist das der Basis Pointer vom String und dann haben wir noch einen weiteren Pointer im String oder einen Zähler für innen String den wir dazu zählen also hier zum Beispiel bei Character Arrays haben wir hier unseren Schleifenzähler hier die Basisadresse und wenn wir dann den String an der Stelle i erwischen wollen dann nehmen wir das Register vom i addieren es hier dazu und hier bei 13 würden wir dann eben hier hinten landen wenn das Register R3 der Basis Pointer von unserem String AF0 ist und wir addieren Hex 13 dazu kommen wir eben genau hier hin und lesen also einen Buchstaben und der steht dann hinterher dieser Buchstabe in unserem Register gerade für den Schleifenindex und den Basiszeiger in dem Vektor ist das gut prima geeignet könnte man sich auch wünschen der Purist würde sagen pass mal auf dann nimmst du deinen Index addierst zu diesem Basispointer dazu schreibst es in ein weiteres Register und dann wird so adressiert brauchen tut man es nicht wirklich auch das hier braucht man nicht wirklich man kann das hier auf addiere das Displacement zum R3 schreibst ins R5 und mach dann lade word nach R3 R5 indirekt kann man natürlich machen also die Puristen würden das jetzt antworten dann hat es noch und jetzt reden wir wieder über diese Maschinen die die semantische Lücke klein kriegen wollen noch ein paar mehr Adressierungsarten das ist geschichtlich auch so entstanden da gibt es den Joe der macht die Maschineninstruktionen und der Jim ein Büro weiter schreibt den Compiler und Jim hat gerade ein Problem mit dem Compiler zu lösen und läuft zu Joe rüber und sagt kannst du mir nicht noch schnell die Instruktionen einbauen und der Joe sagt das geht eigentlich machen wir noch eine auf die Weise kriegt man natürlich immer mehr Instruktionen und das wäre noch schön und das wäre noch schön und das wäre noch schön ja es gibt dann noch dieses Register Indirect with Index Multiplied with Scale also effektive Adresse ist gleich Register nehmen 1 nehmen die Basisadresse und dann das RI das Index Register und dann noch skalieren also zum Beispiel 44 mal R2 kommt aufs R3 dazu das ist für einen Vektor mit Elementen die größer sind ein ganzes Feld also ein Array of Records Array of Structures OS also mit dem könnte man mit dieser Instruktion könnte man das machen hier Index 3 mal 44 gibt dann Hex 74 das wird hier drauf addiert und schwupps sind wir hier im Speicher wenn wir diese Instruktion hinschreiben irgendwie kann man schon sehen dass das mal nützlich sein könnte für sowas da und jetzt gibt es noch den Speicher indirekt das hat man sich auch irgendwann mal einfallen lassen und zwar gibt es ganz konkret auch einen Anwendungszweck dafür wenn sie einen Pointer haben und der zeigt auf den Pointer und der zeigt auf ihre Daten und ich möchte das hier geladen kriegen dann könnte ich natürlich diese Instruktion verwenden das hier laden ins Register R4 und dann das woraufs Register R4 zeigt ins R5 laden dann wäre es auch erledigt aber man kann es natürlich auch in einer Instruktion haben also man nehme den Speicher an der Stelle Rn und benutzt das als effektive Adresse wir haben hier das Register R3 das ist die Instruktion hier und dieses R-Zeichen davor sagt dass wir Speicher indirekt adressieren wollen also das R3 nehmen in den Speicher gehen diese lustige Zahl hier laden das ist jetzt wieder mal ein Pointer laden und gleich wieder davon laden da steht dann hier an dieser Adresse das da und schon steht es im Speicher hier hinten steht Handles dereferenzieren ein Handles ist das klassische Programmierbeispiel dafür und zwar ist es so dass wenn wir Memory Management betreiben also wir legen im Speicher dynamisch an und werfen auch wieder dynamisch weg so mit Allocate und solchen Sachen dann kann es ja sein dass unser Heap irgendwann mal ja ganz stark fragmentiert ist das haben wir auch schon mal besprochen sie erinnern sich vielleicht wenn man immer mal wieder unterschiedlich große Stückchen anlegt und wieder weg wirft dann gibt es da 27 nein nicht 27 32 beit die frei sind und da 28 und da 1000 und da noch 1000 und da noch 1000 und da noch 500 und da noch 70 aber die sind so versprengelt das passiert uns übrigens auch auf der Festplatte zu Hause dafür gibt es defragmentieren das haben sie vielleicht schon mal benutzt wer hat schon mal eine Festplatte defragmentiert da gibt es ja welche das Problem ist dass man wenn man immer anlegt und wieder wegwirft und wieder anlegt und wieder wegwirft dass man eben lauter kleine einzelne Plätzchen frei hat und wenn man was Großes haben will dann findet man keinen kontinuierlichen Speicherplatz mehr dafür also könnte man ja auch alles zusammenrücken und dann hat man wieder zusammenhängenden Speicherplatz für auch was Größeres das ist die Hoffnung aber bei dem Zusammenschieben da werden ja tatsächlich die Inhalte bewegt wenn ich jetzt einen Pointer habe hier ein Record und hier ein Record und hier ein Record und ich habe hier überall direkte Pointer dahin und das Memory Management schiebt die alle zusammen dann stimmen natürlich die Pointer hier alle nicht mehr klar die sind ja verschoben die Dinger wenn ich aber so indirekt zugreife dass ich hier einen Pointer habe und der Pointer steht da und der Pointer steht da und jedes Mal wenn ich auf die Dinger zugreifen will nehme ich in meinem Programm habe ich Zeiger hier hin das hier gehört dem Memory Management dann nennt man das Handles dieses Ding hier zeigt da hin der Memory Manager wenn er das hier verschoben hat da oben hin hat es hier hin gelegt dann endet er einfach diesen Zeiger und ihr Programm merkt nichts davon weil es immer so einmal zusätzlich indirekt zugreift verstanden dazu gibt es diese schicke Instruktion Handles dereferenzieren allerdings muss man auch sagen wir brauchen um an die Daten zu kommen dann schon zwei Speicherzugriffe der Purist würde sagen du kannst die Handles auch so dereferenzieren du nimmst das R3 lädst es ins R4 und dann also lädst es worauf es hinzeigt und dann nimmst du das worauf es R4 hinzeigt und lädst es ins R5 hast du dasselbe erledigt mit zwei Instruktionen dann sagt man es sind nur noch zwei Instruktionen stellt einer und dann sagt der denk mal drüber nach eigentlich werden da auch bei dem hier zwei Instruktionen irgendwie ausgeführt zumindest muss man zweimal hintereinander den Speicher wir holen keine zwei Befehle wir holen nur einen Befehl aber wir müssen trotzdem zweimal den Speicher also das Verhältnis ist sicher nicht eins zu zwei sondern bestenfalls drei zu vier also der Spahn ist jetzt gar nicht so doll durch diesen einen Befehl aber na gut immerhin man nimmt ja alles was man kriegen kann aber das müssen wir noch mal diskutieren so dann wollen wir vielleicht noch Inkrement und Dekrement also Post Operations kennen wir ja auch aus dem C Programmieren nachdem wir das RN benutzt haben als effektive Adresse wird das RN hier irgendwie um die Größe der zugrunde liegenden Basisdateneinheit erhöht also ein Pointer auf Doubles wird um 64 um 8 Byte hochgezählt ein Pointer auf einen Float nur um 4 Byte hochgezählt Post Operation ist hinterher Pre Operation ist vorher und dann als effektive Adresse benutzen und der Operantentyp hier vorne wenn wir Word hinschreiben bedeutet das dass eben dann so lange wie das Wort der Maschinenarchitektur ist 4 oder 8 so viel wird dann hier drauf addiert ja und dann gibt es noch so ein paar weitere interessante Architekturspezialitäten man kann zum Beispiel relativ zum Programmzähler adressieren hier unten habe ich das hier mal ersetzen durch PC und der Programmzähler zeigt dahin da könnte man also 4 drauf addieren um das weiter hinten zu bekommen solche Dinge kann man durchaus in die Maschine einbauen wir verwenden vielleicht auch mal also sowas PC-Relatives oder sowas Segmentbasiertes bei den bei den Internets die Datensegmentgeschichte da komme ich nochmal drauf das ist was was man so im Hinterkopf haben sollte wenn man wenn man sich mit wenn man sich die Intel-Architektur ansieht dann versteht man auch mehr warum da manches so ist wie es ist jetzt haben wir bisher uns um die Operanten von Laden gekümmert von Ladebefehlen von Speicherbefehlen gekümmert das ich da erzählt habe zur Adressierung im Speicher ist natürlich auch für für den Store-Befehl relevant für die Store-Operation jetzt muss man noch ein bisschen über das Springen sprechen die Jumps im Programm unsere Mima hatte auch zwei sogar den Jump an eine feste Adresse und jedes Mal wenn man dem Jump vorbeikommt wird bestimmt gesprungen und dann gibt es noch den Conditional Jump den brauchen wir das ist uns irgendwie unmittelbar klar den werden wir brauchen den Conditional Jump die Frage ist aber wohin wird gesprungen da gibt es die PC-relative Springerei die ist eigentlich ganz vernünftig das ist so was wie bei den normalen Ladeoperationen ist der Plus ein Displacement und beim Springen ist so was ziemlich gut ziemlich brauchbar PC man nimmt den Programm sehr das Instruktionsadressregister und addiere oder subtrahiere ein kleines Displacement und das passt auch gut gerade hier zu solchen Schleifen wir falls das Register R4 größer als 0 oder ungleich 0 ist not equal 0 branch not equal 0 wir testen das R4 und wenn es tatsächlich ungleich 0 ist springen wir hier oben hin zurück und das ist die klassische Schleife jetzt zählen wir hier von dem R4 zählen wir subtrahieren wir eine 1 1 runter zählen wir lassen die Schleife 87 mal laufen also vorher ins R4 87 reinschreiben dann hier reingehen dann wird subtrahiert und hier unten testen wir ob wir schon bei 0 sind und wenn wir noch nicht bei 0 sind springen wir zurück wir springen also 87 mal zurück und einmal springen wir nicht sowas wollen wir irgendwie effizient haben dass es kompakt in einem Befehl stehen kann ohne dass wir ins Memory müssen zum Beispiel für diese hier interessant ist übrigens noch dass dieser Code positionsunabhängig ist egal wo Sie den Speicher hinpacken er funktioniert immer was wir bei der Mima hatten das war nicht so schön wenn wir den Code irgendwo anders hin in den Speicher legen hätten wir die Speicher Adressen umrechnen müssen hier brauchen wir die nicht umzurechnen das ist egal wo das hinkommt das ist relativer Code wir springen zum Programmzähler minus 20 wir nehmen uns also den Programmzähler der zeigt das inzwischen auf das nächste Wort hier und zählen 20 runter und dann landen wir hier oben machen wir 100 104 108 112 116 120 20 runter dann sind wir wieder da oben die Sprungadressen können aber auch im Register stehen oder dann springen wir im Register indirekt wir könnten auch uns das das Ziel also entweder nehmen wir das Ziel nur Rn oder vielleicht Rn plus Ri also hier nochmal so ein Register als Displacement draufrechnen sowas hier da springen wir entweder weiter im Speicher so weit wie wir hier nicht können denn das Displacement ist ja klein oder wir laden irgendeine Library dynamisch zum Programm dazu dann liegt die irgendwo im Speicher und dann wollen wir die 17. Routine da drin haben von der wissen wir dass sie bei 1788 steht und dann müssen wir eben 1788 zu der Basisadresse dazu addieren zu der hin wir die Library geladen haben und dann können wir dahin springen das ist gerade für so DLLs ist das nützlich wir können es aber auch bei irgendwelchen Switch Statements benutzen virtuelle Funktionen ist auch so was so ein Sprungtabell und solche Dinge also das hier DLLs von denen haben sie wahrscheinlich auch schon mal gehört das sind eben Dynamic Link Libraries da lädt man einfach was in den Speicher dazu und weil wir nicht genau müssen wir irgendwie so indirekt springen absolute Springe können wir auch in unseren Programmen drin haben so wie bei der MIMA nur sind die Ladepunkt abhängig wir müssen die also durch das Programm durchgehen und überall wo so ein absoluter Sprung ist müssen wir den eventuell ändern das drauf addieren den Ladepunkt wo wir es in unserem Speicher hingeschafft haben das Stück Programm so und jetzt jetzt kommt bisher war das alles nur wir machen mal und das könnte ja nützlich sein und naja so in den 80er Jahren bis dahin hat man einfach so munter nochmal was dazu konstruiert was vielleicht irgendwie gut sein könnte intuitiv gut sein könnte und wenn die Leute gut waren Ahnung hatten erfahrene Computerarchitekten waren dann haben die schon vernünftige Befehle dazu konstruiert in die Rechnerarchitektur aber irgendwann haben sich haben man sich überlegt haben sich die Wissenschaftler überlegt wir haben all diese lustigen Adressierungsarten wir haben all diese interessanten Befehle aber welche werden denn wirklich benutzt welche Befehle welche Adressierungsarten werden denn benutzt und welche werden nicht benutzt wie kriegt man das raus nun man nehme Programme die die typische Programme die für irgendwas benutzt werden zum Beispiel Compiler den GCC oder das Spices und Elektronik Simulationsprogramm oder zum Text setzen das Tag da oben ist die Erklärung hier für die Farben zum das Tag Laytag oder sowas ähnliches zum Texte Papers publizieren nehmen wir mal die Programme lassen die laufen für typische Beispiele und nicht laufen simulieren sie und zählen welche Adressierungsarten werden denn verwendet wirklich was die gemacht haben ist man nehme mal die Instruktionen von der Werks also die Maschinenarchite der Werks und lasst die auf so einem Emulator laufen und zählen einfach mal dynamisch welche Adressierungsarten benutzt werden was denn die Programmierer was der Compiler denn so erzeugt an Adressierungsarten und das Resultat das ist ganz lustig also Register Indirect with Displacement hier über 50% aller Adressierungsvorgänge zum Beispiel in dem SPICE drin waren Register Indirect with Displacement oder beim Tag hier über 30% und beim GCC so so 40% ok Immediate Operanten also wir brauchen noch 5 oder 17 oder 32 die wir dazu addieren wollen hier im Tag war das über 40% hier im SPICE immerhin 16 oder so und hier im GCC knapp 40% jetzt kommt Register Deferred also Register nehmen nochmal bis man da hinten ist und Sie sehen hier im SPICE war das ganz wenig oder scaled diese diese hier diese Instruktion selten also diese Adressierungsart selten oder hier Memory Indirect ganz selten diese Statistiken die haben die hat man so in den 80er Jahren gemacht gerade der Dave Patterson aus Berkeley war da aktiv die beiden zusammen Patterson und Hennessy die Namen die brauchen wir später nochmal das ist auch das gute Buch über Rechenarchitektur was ich Ihnen am Anfang schon empfohlen hatte diese beiden haben das in ihrem Buch auch die Zahlen dazu reinge abgedruckt und da habe ich mich auch für die Grafik inspirieren lassen das selber noch in so ein Grafik-Tool reingeklopft und da sehen Sie es nun also das Bild habe ich nicht kopiert sondern inspiriert und deshalb zitiere ich das hier und was jetzt die die Schlussfolgerung ist man kann man braucht nicht alle lustigen Adressierungsarten sondern wir können auch sowas hier also den den unteren hier Memory Indirect ersetzen durch erstmal das Laden auf das das R3 guckt und dann das Laden auf das das guckt was man da geholt hat also diese Instruktion ersetzen durch zwei hintereinander erst die und dann die wie gesagt man muss hier zweimal einen Speicher zum Laden von den Befehlen und zweimal einen Speicher zum Laden von den Daten hier muss man einmal einen Speicher zum Befehl holen und zweimal in den Speicher um die Daten laden zu können also das Verhältnis ist 3 zu 4 ja dann gibt etwas Performance auf vielleicht eventuell wir wissen es nicht muss man auch mal ein bisschen untersuchen wenn man das macht statt dem hier aber das ist doch sowieso selten hier steht es doch weniger als 6-7 wenn Sie hier das Mittel berechnen so in der Größenordnung von 3% oder so ähnlich beim Instruktionssatz Entwurf da muss kann man sich überlegen eigentlich brauchen wir sowieso nur Instruktionen Adressierungsmodi die Compiler auch generieren denn das Assembler Programmiererei ist wenig geworden und wenn dann wenn die Leute Assembler programmieren dann Feintunen die irgendwelche Geschichten die schnell laufen müssen also kurze Programmteile und dann wissen die auch was sie tun und das sind sowieso dann schon die Guten die sowas machen die seltenen Adressierungsarten die kann man ersetzen so wie hier die können wir vielleicht einfach weglassen wichtige Adressierungsarten jetzt ist das was aus der Statistik rauskommt indirekt mit und ohne Displacement die normalen direkt und dieses indirect mit ein bisschen Displacement dazu das immediate das sind schon mal mehr als 75% aller Adressierungsvorgänge also müssen wir uns darum kümmern die hier flink zu machen dann haben wir mal den großen Teil erledigt und die anderen die können wir vielleicht entweder flink machen oder ersetzen aber wenn wir an den restlichen 25% herum optimieren dann sollten wir nicht erwarten gerade hier dann wenn es ja nur ein paar Prozent sind dann sollten wir nicht erwarten dass die Programme hinterher so viel schneller laufen was ja sowieso selten vorkommt die Displacement Feldgröße kann man jetzt auch untersuchen was sind denn typische Displacements da guckt man sich Displacements im Programm an wie häufig welche Displacements gebraucht werden und dann stellt man fest dass so für 12 Bit Displacements sind eigentlich schon eine ganze Menge und das reicht für mehr als 75% der Adressierungsvorgänge und wenn das Displacement zu groß ist mehr als diese 12 beziehungsweise 16 Bit dann generieren wir eben noch eine weitere Instruktion nämlich konstante laden die sind ja größer zur Adresse addieren und dann benutzen und das Immediate Feld ja hier das ist schon interessant genug wenn man irgend so eine Konstante lädt oder sowas meistens braucht man nur kurze Konstanten 8 bis 16 Bit führt zu 50 bis 80% aller Fälle wenn die Immediates größer werden als zum Beispiel 16 Bit für diese restlichen 20% können wir auch irgendwie konstant in den Speicher legen und ganz normal laden also man kann ersetzen und die meisten aber wenn man sich darum kümmert dass man das hier hinkriegt dass man das vernünftig hinkriegt dass man das vernünftig hinkriegt dann ist man schon so in der 75-80% Größen was wir da was wir da was ich da jetzt angepackt habe das haben die noch weiter getrieben die haben also wieder WEX Programme untersucht und mal geguckt welche Instruktionen denn häufig vorkommen oder Intel Programme genommen und geschaut welche Instruktionen häufig sind und welche nicht häufig sind bei den 8086 Instruktionen sind 22% der dynamisch ausgeführten Instruktionen wenn man Programm laufen lässt bei den Speck in das ist so ein Benchmark Speck in 92 ist die Benchmark Version von 1992 22% in Loads solche Conditional Branches sind 20% also Schleifen if if for while und so Zeug das sind Conditional Branches 20% 16% vergleichen und man beachte das ist immer noch mehr als das Addieren 12% Store jetzt hier unten schon weit abgeschlagen kommen die Ads das End mit 6% das Sub mit 5% so ein Move von einem Register ins andere Register ganz wenig 4% Funktionsaufrufe das hätten wir nicht anders erwartet 1% und der Return natürlich auch 1% das sind schon 95% aller Instruktionen die hier in dem Speck generiert werden ausgeführt werden also wieder gilt wir kümmern uns darum dass wir das hier vernünftig hinkriegen und dann klappt es auch schon mit der mit der schnellen Ausführung der meisten Software und solche Benchmarks und meine Benchmarks sind ja wichtig wie wir wie wir alle wissen ja Zeit um na gut dann treffen wir uns nächsten Montag wieder hier nächste Montag nächste Woche haben wir wieder so eine Doppelstunden Woche ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche bis nächsten Montag t